Boah ey, ein Typ im Bademantel und dann auch so strümelige Haare. Oh boah ey, was ist dat denn für ein Scheiß. An euch Schwachmacken, Honks, Vollpfosten. Einfach mal so ein Video gemacht, einfach mal so rausgehauen, euch um die Ohren geschlagen. Klack, 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 klack. Ja, ihr Klick-Junkies. Ein Klick nur, ist dat ne Scheiße. Boah ey, ihr habt so viel Ahnung, wie Ahnung ihr habt, ne wie gar keine. Wisst ihr überhaupt, wie schwer dat ist, so ein Video zu machen? Wisst ihr überhaupt, wie schwer dat is, ja, euch zu bespaßen, damit ihr euren Scheiß anguckt? Ihr wisst überhaupt nicht, was dat is. Ja, Web TV, Online, Web 2.0. Ey, ihr Spasmaten, ihr Unzufriedenen, ihr Trolle. Ja, 1995 ging dat los, da konntest du so ne Scheiße machen. Da hattest du 6,8 Millionen Zuschauer und alle haben gesagt, boah. Ja, 2015, nur noch gemecker, schreibt doch mal richtig. Boah ey, Akfa, Bakfa, Bikfa, Balaba, 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 alle auf der Straße, keiner ist da. Am 1. Mai strampeln sie wieder rum und schreien dummes Zeug, was anderes können sie nicht. Vermummeln sich, schwarz angezogen, bum 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 bum, zünden Autos an, vernichten einen Scheiß, machen einen Scheiß. Und was kommt dabei raus? Gar nichts. Ja, so sieht's aus. Ein Typ im Bademantel strümmelige Haare, was is dat denn für'n Scheiß? Ne, dat geht doch gar nicht. Und dat noch so'n alter Sack, weißt du da Bescheid? Ein Typ, der die Schnauze aufmacht und in allen Vollpfosten, Schwachmaken, Trolle dieser Welt, besonders online, es gefällt, anderen runter zu ziehen. Ja, boah, er hat ja nur einen Klick. Zum Scheiß aber auch, dann hat er eben nur einen Klick. Aber er hat dieses Video gemacht. Versteht ihr? Er hat's gemacht für die Öffentlichkeit. Und wenn er nicht mag, fahr auf!